Was kann er aus diesen Bedingungen machen? Bekommt schnell grünes Licht. Ja, hoch! Ui, da geht's weiter! Ui, da geht's weiter! Ui, da geht's weiter! Ui, ui, ui! Das ist genau... Was war denn das? Er kann das nicht mehr stehen. Der ist 150 Meter gewesen. Der war jenseit vom... Nein, das war unwahrscheinlich. Das ist leider Gottes, wenn du so einen Springer hast wie den Gregor Schwierensauer... Eine Schrecksekunde. Aber schau, wie der das trotzdem noch gemeistert hat, wie der damit umgegangen ist. Oh Gott, das ist... Den hätt's ganz böse zerlegen können jetzt da. 150,5 Meter, schau, wie der da runterfällt aus der Höhe. Natürlich gestürzt, überhaupt keine Chance hat er da gehabt. Aber das ist gefährlich und das sind... Ui, 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 die Auswüchse dieser Bedingungen. Ja, sein Vater, der wird schon wieder einen Anfall kriegen, weil er genau das will vermeiden. Weil sein Buben nämlich eh schon eine Verletzung jetzt übertaucht hat. Dann der weite Flug am Kulm und der ist halt total gefährdet, was das anbelangt. Ja. Ja. Ja.